In eine Kugel ist ein Kegel mit maximalem Volumen eingebettet. Wir brauchen eine Formel für die Höhe des Kegels und für den Radius des Kegels. Wenn ihr mögt, versucht doch mal die Aufgabe selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video jetzt. Volumen vom Kegel ist Grundfläche mal Körperhöhe durch 3. Die Grundfläche ist Pi mal R Kegel zum Quadrat mal Körperhöhe durch 3. Ich schneide jetzt diesen Körper auf der X-Z-Ebene durch. Dann erhalten wir diese Abbildung. Hier haben wir den Kegel, hier die Kugel. Ich habe jetzt noch dieses Dreieck ergänzt. Und dieses Dreieck ist rechtwinklig. Hier in diesem Punkt C, weil dieser Kreis der Thaliskreis ist. Im rechtwinkligen Dreieck kennen wir ja den Höhensatz. H² gleich Q mal P, also Produkt der Hyperthenusenabschnitte. Das sind ja diese beiden. Damit haben wir R Kegel zum Quadrat. Das ist ja das Quadrat über dieser Höhe von dem Dreieck. Gleich HK mal, dieses Stück ist Kugel-Durchmesser minus HK. Und das ist 2 mal R Kugel minus HK. Wir haben R Kegel zum Quadrat gleich HK mal 2 R Kugel minus HK. Wir ersetzen R Kegel zum Quadrat mit diesem Ausdruck. Dann multiplizieren wir Pi mal HK² in diese Klammer und erhalten diesen Ausdruck. Und den leiten wir nach HK ab. 4Pi mal R Kegel mal HK durch 3. Dieser Ausdruck ergibt 3Pi mal HK² durch 3. Jetzt können wir Pi mal HK durch 3 ausklammern und erhalten diesen Ausdruck. Ein Produkt ist 0, wo einer seiner Faktoren 0 ist. Also wir haben zunächst diesen Ausdruck und das bedeutet, dass HK 0 werden muss. Und diese Lösung entfällt auch. Die zweite Lösung erhalten wir, wenn wir diesen zweiten Faktor auf 0 setzen. Wir haben 4 mal R Kegel minus 3 HK gleich 0. Wir addieren 3 HK und teilen durch 3. Dann haben wir HK gleich 4 Drittel R Kegel. Jetzt müssen wir nachweisen, dass wir hier auch ein Maximum gefunden haben. Dazu bilden wir die zweite Ableitung. Wir leiten also diesen Ausdruck nochmal ab. Dieser erste Ausdruck ergibt 4Pi mal R Kegel durch 3. Und hier haben wir minus 2 mal 3Pi mal HK durch 3. Die 3 kürzlich. HK ersetzen wir mit 4 Drittel mal R Kegel. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Hier haben wir 4Pi mal R Kegel durch 3. Und hier minus 8 mal Pi mal R Kegel durch 3. Also haben wir minus 4Pi mal R Kegel durch 3. Da R Kegel ja einen positiven Wert hat, haben wir einen Wert, der kleiner als 0 ist und damit ein Maximum. Dann brauchen wir noch eine Formel zur Berechnung des Kegelradius. Kegelradius ist die Wurzel aus diesem Ausdruck. HK ersetzen wir mit der gefundenen Formel. Fassen das noch ein bisschen zusammen. Und erhalten Wurzel aus 8 Neunte mal R Kegel ergibt den Radius des Kegels. Super, wenn ihr die Aufgabe selbst lösen konntet. Berechne für einen Kugelradius von 5 cm den Radius und die Körperhöhe des Kegels und dessen maximales Volumen. Wenn ihr mögt, stoppt das Video, um die Aufgabe selbst zu lösen. Wir verwenden die gefundene Formel für AK und setzen für R 5 cm ein und erhalten 6,67 cm für die Kegelhöhe. Den Kegelradius bekommen wir mit unserer anderen Formel. Da halten wir für den Kegelradius 4,71 cm. V-Kugel war ja Pi mal R Kegel zum Quadrat mal HK durch 3. Wir ersetzen HK und R Kegel mit den gefundenen Werten und erhalten 154,95 cm³ für dieses maximale Kegelvolumen. Kugel mit dem Radius 5 cm mit maximalem Kegelvolumen. Volumen des Kegels, erste Ableitung, zweite Ableitung als Funktion von HK. Wir haben hier das Volumen des Kegels, die erste Ableitung und die zweite Ableitung über HK aufgetragen. Die Volumenfunktion des Kegels ist blau, die erste Ableitung orange, die schneidet die HK-Achse in diesem Punkt. Diesen Wert von HK hatten wir ja ausgerechnet und den haben wir dann untersucht, ob das an dieser Stelle ein Maximum gibt. Da hatten wir deswegen die zweite Ableitung gebildet, die war negativ. Damit haben wir an dieser Stelle ein Maximum. An dieser Stelle hätten wir ein Minimum. Dieser Punkt ist aber uninteressant, weil ja die Höhe des Kegels nicht null werden kann. Danke fürs Zuschauen. Danke. Danke.